hallo und willkommen zu einer weiteren folge hier von dsa durchgeblättert soweit ich das hier bei mir gesehen habe ist das hier sogar und das ist ja eigentlich ganz nett dass es jetzt diese diesen band hier trifft diesen speziellen immerhin ein bisschen was besonderes er ist das hier die genau 300 folge von dieser durchgeblättert ja nicht schlecht also ich habe das immer gar nicht so getrackt mit der zeit aber dann habe ich zufällig gesehen moment das ist ja schon jetzt irgendwie auf 300 ja okay ja gut okay dann sind wir halt mittlerweile soweit dsa ist eben viel hat eben vieles eben hier meine hauptsystem und der hauptfokus hier auf dem kanal und das sind jetzt auch zehn elf jahre schon wo ich irgend zeug hier mache also ja darf das auch mal folge 300 sein gut dossier der erleuchteten ja ist jetzt seit so einigen tagen schon erschienen oder man könnte vielleicht sogar sagen wenigen wochen zwei drei wochen weiß gar nicht auf jeden fall wollte ich eigentlich da auch ähnlich wie bei der bibliographie des schwarzen auges der ersten wollte ich eigentlich auch sehr zeitnah nach release da ein video machen aber hatte ich bei dem anderen video schon gesagt das ist dann eben durch leider blöden krankheitsmist verhindert worden und jetzt bin ich halbwegs auf dem damm deswegen geht das jetzt so langsam wieder dossier der erleuchteten da hatte ich nur von ulysses zwischendurch mal was mitgekriegt was das so ungefähr sein soll irgendwie aus also ich habe jetzt hier auch noch komplett nicht reingeguckt ich habe wirklich nur grob was von ulysses gehört dieses typische okay hier geht es um geheimnisse um irgendwelche kult dinge um geheimorganisationen wo sozusagen aus der meter sicht eine eine ich glaube agentin des kriegü des kriegü oder wie man kriegü kann man ja irgendwie verschieden aussprechen hier deswegen wahrscheinlich auch die schlange hier drauf dem ja dass das die sozusagen andere geheimorganisationen unter die lupe nimmt und das dann durchaus auch mal subjektiv ist und so weiter ja wir haben hier 160 seiten mal wieder 45 euro ich glaube also bei der bibliographie waren es 40 euro bei derselben seitenzahl wahrscheinlich hier 45 weil wir hier glaube ich wieder eher so einen spezielleren einwand haben ist ein kunstleder glaube ich hier auch noch mal das cover in groß ja und ich glaube meine maus ist jetzt tatsächlich hier ein bisschen abgekratzt gerade aber es ist auch eine gute maus aber es ist eine alte maus aber ich bin hier gerade auch wirklich ähnlich wie beim letzten video mit der bibliographie ich war hier ich bin hier ein bisschen mobil unterwegs gerade mit laptop und meinem ganz guten aufnahme mikro aber ja muss alles jetzt hier eher im mobilen rahmen stattfinden und hier auch nichts mit 4k und so weiter auf dem laptop ja genau also das back cover sieht dann so aus ja da sieht man schon okay da ist jetzt kein klappentext das heißt wir haben hier eher so ein kunstleder einwand und ja wenn man aber noch mal schaut was erwartet den leser sozusagen was es hier ja bei ulysses natürlich auch im shop als beschreibung gibt dann heißt es hier okay das vorwort ist von der kultführerin shensira musten ha adlige einer alten blutlinie selems die bis ins durch den zorn der götter ausgelöschte elem zurückreicht wo sich angeblich die stammbäume von externen menschen wieder natürlich kreuzten dann kriegen wir hier 35 ausführliche beschreibungen von ikonischen geheimgesellschaften orden und kulten aus der welt von das schwarze auge mit düsteren illustrationen im ingame stil okay das ist er natürlich ein ingame buch hier abenteuer lustige spekulationen und unterhaltsame kommentare der ingame autoren zu ihrer eigenen arbeit und ihren verschwörungen und ein kapitel mit handreichungen für agenten das ausführlich über die beschaffung und pflege hilfreicher informanten tipps zur geheimkommunikation über codes und geheimschriften parolen symbole ganze geheimsprachen decknahmen erfolgreiche beschattungsaktionen und andere tricks aufklärt tja das ist natürlich schon mal ein ding und dann wollen wir natürlich mal schauen wer hat daran eigentlich gearbeitet da sind wir dann hier bei der redaktionsleitung gut klar schwarz auge nico hoch ja sowie adamietz hat sich hier um das alles gekümmert und hat auch selber mitgeschrieben sowie auch so einige andere die man hier sieht ja katharina nico hat hier die künstlerische leitung gemacht da ich noch mitgekriegt dass dieses dsa märchenbuch dieses wunderschöne mit vielen illustrationen dass da auch katharina nico die ganzen illustrationen hat also tokala aber weil es ihr glaube ich jetzt nicht so gut ging ist das alles in bezug geraten aber mein gott dann ist es halt so man kann ja wohl ein bisschen warten und da hat ja auch keiner schuld da ist einfach nur blödes krank sein gerade im spiel ja gut inhaltsverzeichnis sieht alles so ein bisschen also grob aufgezogen wie bei dem zauberspruch buch und dem liturgie buch dem divinarium aus okay das hier haben wir alles drin und dann geht es hier los mit der idee des bandes die idee des bandes also ein richtiges vorwort ja haben wir mehr so aus der in game perspektive vielleicht also idee des bandes will ich euch mal nicht vorenthalten ich darf natürlich nicht alles hier zeigen ständig aber das hier um was die idee die idee des bandes ist das könnt ihr euch gerne auch mal hier anschauen da hat die sui ganz nett was zu geschrieben für die redaktion an einem regnischen regnerischen sommerabend juli 20 24 ja und dann geht es hier los mit an meine herren also ja die kultistin hier an die skrischu also zumindest wir bei uns sagen immer hier in unserer norddeutschen runde immer skrischu und nicht skrischu wobei ich weiß gar nicht vielleicht ein oder zwei von uns sagen das anders aber eigentlich sagen wir eher skrischu oder skrischu und den anfang kann ich euch immer so ein bisschen zeigen das geht jetzt hier tatsächlich dann auch über zwei schöne seiten und ich bin übrigens auch hier bei dem band leicht hin und her gerissen ob ich mir den in print mal holen sollte weil ja ich sag mal es gibt schon spiel nutzen sicherlich hier im band also entscheiden kann ich natürlich erst wenn ich hier auch jetzt durchgeblättert habe aber ich sag mal also das lesen ist vor allem das geile das macht dann vor allem spaß und da will man sich vielleicht auch mit dem band wirklich selber hin muckeln und das gefühl haben ich habe hier irgendwie einen wirklich schönen tollen band sowie bei der bibliografie womit ich es mir wirklich gemütlich machen kann und das ist auf jeden fall auch bestimmt so aber das ding ist ja man muss dann eben auch die zeit zu dem lesen des bandes haben und ja ich mache das ja dann schon mit der bibliografie dass ich mich da ständig hinsetze bis ich durchgelesen habe und das interessiert mich auch noch mehr ehrlich gesagt als der band hier auch wenn ich die idee für diesen band hat ziemlich cool finde eigentlich da die zoe wieder was tolles gemacht und die anderen autor innen wenn man so möchte und ja ansonsten 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 ja habe ich halt noch so viel kram zu lesen allein die hexersager lese ich gerade wie ich auch erst im zweiten buch und kommen da nicht so schnell voran und dann auf einmal kauft man sich noch ein anderes sachbuch zwischendurch und liest dann da auf einmal wieder weiter na ihr wisst ja wie das ist ja gut also wir haben hier wir haben hier wirklich erst mal zwei seiten damit und ja einen beispielhaften kult kann man ja wobei die haben glaube ich doch recht viele seiten naja gut wir gucken auf jeden fall überall so ein bisschen rein oder zumindest in einige so und hier geht es dann los mit kultur und kultisten erst mal die aras satma die seer des vergangenen ja also es gibt hier so ein zitat am anfang dann gibt es natürlich so einen ingame beschreibungstext beziehungsweise noch mal so in abgrenzung ein bisschen andere textchen wo was dazu gekritzelt wurde vielleicht und moskito auch ein schöner agentenname dann haben wir immer eigen bezeichnungen tarn namen einflussgebiet unterschlüpfe mit glieder und erkennungsmerkmale und noch mal so typisches zitat und dann noch mal so ein bisschen weiteren text und dann gibt es hier auch ein bisschen bilderkram das geht auch über eine ganze seite mit diesen netten bildern und eigentlich geht dieser dieser text der da weiter oben angefangen hat der geht auch noch weiter also das geht hier dieser text geht wirklich über über zwei bis drei seiten eigentlich und zwischendurch wird auch mal so ein kasten eingeschoben wo auch noch mal irgendwas ingame ist beschrieben wird ein spezieller aspekt und in noch anderer schriften anderer kasten also einmal so zum beispiel und oder so wie dieser andere kasten hier ja und dann gibt es hier zum beispiel noch richtung ende auch noch ein bisschen abschnitte also sowas wie abschrift aus exische mythologien band 1 und ja noch was zu weiteren sehern und dem vorgehen und dann immer so ein bisschen abgewechselt normale schrift und dann wieder was kommentiertes und das sind jetzt insgesamt ja mit den bildern zusammen sind das schon knapp sechs seiten aber das ist natürlich nicht immer gleich bei allen so wir haben nämlich als nächstes dann ja den abenturischen boten und bei dem haben wir zum beispiel nur ja so drei seiten also ungefähr die hälfte da ist dann halt weniger zu sagen und neben diesen üblichen dingen aufzählung mitglieder unterschlüpfe und so weiter garret haupthaus ja also gut geheimorganisationen jetzt ab und unter boten also im weitesten sinne na ja auf jeden fall eine wichtige eine wichtige sache ja und da bekommt man als extra abschnitt vor allem die geschichte des aventurischen boten und auch noch mal was zu större brands reichtum der gute större brand wir segeln gerade mit dem guten stowa regularen richtung motoria ja das macht immer spaß auf jeden fall gibt es auch noch so ein abschnitt über skandal reporter und das sogenannte archiv 8 sticht da noch etwas hervor ja genau das sind so die spezifika vom aventurischen boten und dann geht es weiter mit der basaltfaust also ja das sind glaube ich diese elite ordens leute in al anfa die ja die also ich glaube ich weiß gar nicht ob die die kirche auch schützen oder vor allem den patriarchen ich glaube das ist eher so vom vom anfangischen herrscher die die garde die elite gerade ja und da gibt es dann als speziellere abschnitte die einmal die erben baal honax und auch noch so was wie einfach die aufgaben der basaltfaust und die basaltfaust als hüter großer geheimnisse ist noch wichtig und ja dass man ihre kreise nicht stören sollte noch eine gute halbe seite und da gibt es auch zwischendurch so einen so einen extra kasten so einen ausschnitt quasi so ein abgerissener zettel im auszug aus den lebenserinnerungen eines jungen fernrichs winzalt 1035 nach was bei uns 2 ja auch sehr interessant dann geht es da weiter genau dann geht es nach der basaltfaust weiter mit den beny derves und bei denen haben wir einmal noch speziell das weltbild und den glauben erklärt und ja die geschichte des ordens der derwische wird dann auch noch mal extra beschrieben gibt auch noch so ein bisschen quasi im game zettel zettel quellen hier mit drin und dann haben wir da noch ja die verschiedenen arten der derwische und was gibt es hier noch wichtig ist noch die magie der derwische und ja konklusio und bewertung gibt es zu denen noch ja die haben auch mehrere seiten einfach ganz normal dann geht es weiter zu den blut templern ja was gibt es bei denen besonderes einmal überhaupt dieses aus blut geboren wie man es aus ihren fantasy überschriften kennt was ähnliches ja dass der ewige kampf da wichtig ist und wie die hierarchie im chaos bei denen so funktioniert was deren weihe gerade so sind und noch einiges über die blutigen riten des ordens was die stärken und schwächen vom orden sind und freund und feind des ordens ja und dann geht es hier weiter mit der borbarat kirche jeder mensch ein magier klar ja borbarat kirche da gibt es eine schöne teils angekugelte ingame quelle auf nach ganz einer halben seite sehr schön ja es gibt hier einiges über die konkurrierende portifika kalandra moment kalandra ist das nicht die aus dem dsa game demonikon kann seine die ist doch auch kalandra die schwester von dem an dem ich weiß gar nicht mehr wie er hieß den man spielt ja demonikon soll ja auf jeden fall auch noch let's play mäßig auf dem kanal kommen ja so und 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 die dritte ausrichtung jolgo max ist hier auch noch wichtig außerdem die fasara strömung und es gibt hier noch einen netten aventurischen boten artikel tatsächlich mit der überschrift feierlichkeiten zu borbarats entrückung ich weiß gar nicht ob das jetzt also ein echter aventurischer boote der auch schon mal jetzt an uns jetzt hier im echten dem ausgeliefert wurde oder ob die das extra dafür quasi erfunden haben diesen abschnitt aber ich gehe ja sogar mal von erster maus ja dann verwundert mich auch nicht die bruderschaft vom zweiten finger zars das sind ja glaube ich die moichler maraskans ja überhaupt was so der standgrad bei denen ist in maraskan oder auf maraskan zabor und die bruderschaft ist hier noch wichtig und auch noch mal ja was sie was so richtung gottheit zabor und also exisch ausgesprochen und geschrieben was es damit dort noch mal auf sich hat in bezug und ja struktur und zugang vom zweiten finger zars ja und auch noch einiges zu nützlichen gegnern ja dann dann hier der bund des roten salamanders also achimisten da da geht es einmal auch noch speziell um die hierarchie der haupthäuser und wichtig ist bei denen auch noch das geheimnis des schwarzen perlmutz da wird auch noch ein bisschen was drüber gesagt ja so ein paar also kästen haben die auch hier noch mit drin und ja die konkurrenz des salamanders natürlich auch noch und die frage als neuen abschnitt wie kommen wir an die geheimnisse ja dann die drachen kulte der mantra kiemen ein wichtiger abschnitt ist da ja von den vielen drachen kulten die es überhaupt so gibt dann ist außerdem noch besonders wichtig ulet aschepa geht auch noch mal ein netten bisschen längeren abschnitt die drakonare bekommen ebenfalls noch ihren eigenen abschnitt und der zirkel der alles zusammenhält außerdem ja und nochmal allgemein von den mantra kiem auch noch mal fast eine seite und ja das vorgehen gegen die drachen kulte wird auch noch mal hier aufgemacht ja dann die erben der gräber da gibt sowas zu kontaktaufnahmen im kasten und dann die überhaupt die herkunft und der hintergrund dieser quabalja ja die hierarchie ist dort auch noch wichtig da wird dann auch unterschieden und unwissende ahnende erkennende koftanim und al-katarach und dann gibt es wirklich auf seiner ganzen seite so ja so so ähm zeitungsausschnitts kästen nenne ich es jetzt mal ähm ja unter den erben der gräber das aufnehmen aufnahmeritual so abläuft und außerdem noch der aktuelle zustand des kult ja und ansonsten ist noch wichtig das geheimnis der groß koftanim aber auch noch ja entsprechend über den über den nutzen und die gefahr der erben der gräber und dann geht es weiter da gibt es nämlich noch die erben des goldenen zeitalters ja drachenkult und so weiter also die hierarchie dieses drachenkult ist eine wichtige sache außerdem ähm die verschiedenen zellen der verschwörung und ja die erben der erben im prinzip ja und dann geht es auch weiter mit den erleuchteten der dunklen mutter ja da ist auch wieder der aufbau einmal gefeatured fast eine seite lang und dann auch noch einiges über die zusammenkünfte und feiern die geheimhaltung ist nochmal mit einer halben seite wichtig und was haben wir noch so ja da gibt es noch so eine kopie einer nachricht an bahadur ibn basman und ja was haben wir noch die bisherigen erfolge sind hier noch aufgelistet und so einen kleinen adventurischen botenartikel gibt es dazu anscheinend auch noch prediger tod aus dem hafenbecken gezogen in selim okay ja kann aber auch sein dass das jetzt ein artikel ist der sich auf das nächste bezieht denn das nächste ist die hand bohrens und da sind ja bekanntlich die anderen großen meuchler er die allanfa dienen jo da gibt es einmal so ein special kasten so ein transkript von einem gespräch mit einem vermeintlichen mitglied und ja noch eine transkript fortsetzung über ursprünge erkennungsmerkmal und strategie gut in dem dsa 4.1 das quellenband in diesen quellenbänden der organisation die hand bohrens ja auch drin zum beispiel und der zweite finger zahs nur eben sagen wir mal so richtig so richtig aus metasicht beschrieben jetzt nicht so ingame wo vielleicht auch mal was falsch ist und so das ist mir jetzt erstmal auch wenn das richtig cool zu lesen ist bestimmt ja aber das ist mir eigentlich erstmal lieber und ich habe ja auch die bände sogar noch richtig physisch also ja das reicht mir auch erstmal alles ja die interessen der hand bohrens sind hier noch mal etwas wichtiger kriegen ihren eigenen abschnitt und ja es gibt noch abschließende einschätzungen aber auch das transkript wird noch fortgeführt wie das so ist wenn man die hand um irgendwas bittet da muss ich mal gleich an die dunkle bruderschaft denken bei ja die elder scrolls da gab es ja auch noch die moraktong ne so hießen die glaube ich diese diese meuchler organisation aus und auch mutmaßlich glaube ich der vorgänger der dunklen bruderschaft aus morrowind ja dann geht es hier weiter mit den haji nim orden auch da gibt es wieder so ein paar nette abbildungen und ja überhaupt erstmal die wurzeln von diesen asketischen orden und dann etwas über die sogenannten ursprünglichen ja dann noch über die beni uraqani und über die tarisharim und ja dann geht es weiter mit den al drakorim ja tot den geschubten da gibt es einmal den wichtigeren abschnitt drachenjäger und mantra kim so in bezug aufeinander und dann geht es noch um die prinzipien und die geschichte des neuen ordens auch ein bisschen länger ja rekrutierung das ansehen und ja erkennungssymbol hierarchie und dann haben wir noch als letzten wichtigen fast einseitigen abschnitt die frage wie können wir die al drakorim für unsere zwecke nutzen und dann geht es weiter mit den ilaristen ja ja gründung der ilaristen ist ein wichtiger abschnitt außerdem die ziele der ilaristen werden hier in so punkten aufgelistet und dann wie das mit den heutigen ilaristen überhaupt ist ja außerdem noch mal was über weitere gruppierungen bei den ilaristen die chroniken von ilaris bekommen auch noch ihre eigene halbe seite und auch noch mal wieder wie können wir die ilaristen nutzen ja dann mit regnum defende das reich zu verteidigen oder das reich muss verteidigt werden die kaiserlich-garitische informationsagentur die gute kgia die bei uns auch schon sehr schön ja im spiel vorgekommen ist ich glaube auch im jahr des feuers bin mir gar nicht mehr sicher ich glaube ja auf jeden fall weiß ich noch bei ich weiß nicht drakensang 2 oder 1 ich glaube bei drakensang 1 bin mir nicht mehr sicher da gab es auch gab es auch so ein kgia-hemd oder so hieß das glaube ich sowas gibt es ja bei dieser sonst nicht als rüstung zu kaufen und das hatte echt ganz coole rüstungswerte naja gut also neben der einleitung und diesen kurz kurz übersichten gibt es dann ja erstmal ein abschnitt über die untätigkeit der kgia so ein feldbericht sehr cool außerdem die trappenfeld akten die sogenannten und da gibt es auch so einen aktenauszug ausschnitt aus einer der sogenannten trappenfeld akten sehr schön ja die maraskan abteilung gibt es ja auch noch speziell beschrieben und die unterabteilung samthandschuhe ja dann die verbindungen zur magierschaft und dann noch die frage warte mal renegaten gibt es da nicht irgendwie noch renegaten ne so nachdem galotta da mit seiner festung was gemacht hat da ist ja auch wirklich dann die das gebäude kaputt gegangen und alles und irgendwelche also ich habe ja das jahr des feuers geleitet quasi fünf jahre lang mit dem auftakt statt der tausend augen da gab es noch mehr auftakt abenteuer ich glaube vier stück oder so in so einer anthologie achso kreise der verdammten das war die anthologie so hieß die glaube ich und boah waren da viele rechtschreibfehler drin aber genau zumindest wir wollten nicht unendlich vorlauf haben aber zumindest statt der tausend augen haben wir dann vorher noch gespielt und das hat insgesamt alles fünf jahre gedauert wir haben in ruhe das alles durchgespielt und wirklich alles aus diesen hardcover wirklich gespielt was da so war ja äh gut ich habe sie dann später verkauft die hardcover aber irgendwie ja so ein paar kopie geschichten und pdf geschichte habe ich da noch aber ich glaube es gibt aber auch nicht offiziell alle drei pdfs ähm ich glaube eins gibt es glaube ich nicht da wegen der rechte lage oder so irgendwas war da jo ähm ich glaube den das mittlere aus der asche gibt es glaube ich nicht naja ähm ja und äh da passierte ja dann auch was im ersten band auf jeden fall weil galottas festung ist ja abgestürzt und so weiter da flogen dann irgendwelche irgendwie irgendwie Papiere da rum und so das war irgendwie auch ganz geil ja ähm lose enden ist da auch noch ein abschnitt und dann geht es weiter mit den kindern der nacht und bei denen ähm gibt es einmal den interessanten abschnitt die herkunft ähm die herkunft und ja Vampire des namenlosen ja kindern der nacht sind auf jeden fall auch wie natürlich auch viele andere organisationen hier äh aus dem band sind ja in den 4.1 äh bänden also ne nur falls ihr jetzt äh äh die älteren sachen von 4.1 nicht kennt solltet ihr jetzt irgendwie neu sein bei dsa 5 oder so kann ja sein dann ähm schaut euch schaut euch gerne auch nochmal nach äh wenn ihr so solche Organisationsbände irgendwie nett findet und da ähm nicht aus Ingame Sicht sondern aus ja Outgame Sicht quasi wie ich vorhin auch schon erwähnt hatte bei der Hand Bohrons und so ähm wenn ihr sowas mögt dann äh guckt gerne nach nach sowas wie auf gemeinsamen Pfaden da gibt es auch noch zwei andere Bände äh von dieser blauen Quellenbandreihe von 4.1 ähm ähm weil die sind eigentlich echt cool gewesen da hat man immer auf mehreren Seiten so alles möglich über eine Organisation ja und da gab es halt drei Bände von ähm und die habe ich auch alle noch wie gesagt und da habe ich auch schon einige Organisationen gelesen und das war irgendwie immer cool also ich konnte da auch immer ja und das sind jetzt nicht alles nur Geheimorganisationen das sind dann auch so Stadtbanden Garitz und so die die wichtigen also das da sind echt viele viele geile Sachen drin mhm genau und da die Bände damals ja noch nicht so teuer waren Bücher noch nicht so teuer waren und auch Schwarz-Weiß ähm und PDFs eigentlich eher eher so die Hälfte kosten oder ein bisschen mehr als die Hälfte bei Ulysses mittlerweile ähm dürften die auch nicht so teuer sein na gut ja was haben wir da noch für wichtige Abschnitte ähm ja Havena ist noch eine wichtige Sache hier so als Stadt eben und äh Grangor auch noch und auch Fasar ja ja und dann eben Nutzen oder Gefahr für den Kult der dunklen Mutter noch hier ja sehr cool gut dann geht es hier um die Korknaben Söldeneinheit der Angroschim also der Zwerge und ja da ähm gibt es überhaupt erstmal so Überlegungen zu der Herkunft Entschuldigung zu der Herkunft also so ganz genau wissen die das hier anscheinend auch nicht ich glaube die Korknamen ich weiß gar nicht ob die in diesen drei Bänden drin waren bei 4.1 naja ähm ja und äh was über neuere Ereignisse auch Aufbau und Ausrüstung von dem Ganzen und dann geht es über in die nächste Organisation dann haben wir nämlich noch die Kult der Mondgöttin ähm Freiheit und Selbstbestimmung ja klingt auch so ein bisschen nach FDP aber eigentlich natürlich eine gute Sache ja Schwesternschaft der Marder ist ein wichtiger Abschnitt hier und ähm es gibt auch noch so einen extra netten Kasten über ähm ähm Gebende Webende und Sehende ähm ja die Sha'ai Marder sind hier auch noch wichtig und die Kulte im Süden und die Kulte im Norden und eine abschließende Einschätzung ja es gibt auch noch so einen Abschritt von einem Kulttext in so einem netten kleinen Kasten so einem Papierkasten auch sehr schön und dann geht es weiter ja und das ist ja der Kult des des sorrenden des sorrenden Schwarmes viele sind eins ja da haben wir erst mal ein Relikt aus vergangener Zeit als wichtige Sache ähm wie das mit dem heutigen Kult überhaupt so ist die Hierarchie des Schwarms wird hier auch noch ein bisschen beschrieben und von den Ritualen des Kults ähm ja und was nützen uns denn diese Insekten so dann haben wir auch noch den Orden der Sechsflügel Menakors ähm alter Drache glaube ich ja ähm es gibt da einmal so einen Augenzeugenbericht eines Zusammentreffens natürlich interessant was haben wir noch so ähm die Verbindungen zu den Magiergilden auch interessant und ja einfach noch mal ein bisschen was über weitere Mitglieder und es gibt auch wieder so einen ähm ähm blendeten ja äh dazwischen geschalteten adventurischen Botenartikel mit dem Titel Der Wurm vom Windhag ist Geschichte ja dann mhm Sahabiyat Al-Kamar mhm mhm ja ja da gibt es einmal so einen Feldbericht über den Glauben von dem Sahabiyat das ist auch ja doch ein bisschen länger und es gibt auch noch einen weiteren Feldbericht über die Hierarchie der Gefährtenen und noch ein Feldbericht über die Pläne Al-Kamas und ja also das die ganzen wichtigen Größenabschnitte sind alle in Feldberichten hier gehalten okay ja dann haben wir noch die Sterne von Selem ähm da haben wir neben den ganzen üblichen Anfangssachen einmal den Ursprung der Sterne und das ist so in so einem Transkript eines Geständnisses unter Folter gehalten ja außerdem noch was zu Sternbildern ja also die Hierarchie des Nachthimmels das ist ähm eine Fortsetzung des Geständnisses ja und dann die Stätten des Sternenlichts auch nochmal wieder eine Geständnisfortsetzung und nochmal eine Geständnisfortsetzung nämlich Sternenfall Pläne des Kults und ein halbseitiger Schlussbericht ja dann die Töchter Niobaras wir kennen die Zukunft besser als andere da gibt es einmal zu den wichtigen Mitgliedern einiges und ähm dann noch zum zum Gewinnen von neuen Niobaras Töchtern da gibt es dann so ein Transkript von einem Tagebucheintrag ja außerdem noch einiges zur Hierarchie der Töchter ja und zu ihrem Unterschlupf in Aranien jo dann geht es weiter mit den Nachtwinden ähm das waren glaube ich die Magierjäger ne am Tag an dem wir die Magie beseitigt haben wird die Welt eine bessere sein genau tja da natürlich klar der Abschnitt Tod der Zauberei Nachtwinde sind ja auch so Vögel ich glaube die kommen sogar noch aus den den Zeiten der Magierkriege ne Nachtwinde mein Gott ich glaube das hatten wir vor sehr vielen Jahren über 10 Jahre oder 15 Jahre in DSA hatten wir glaube ich einmal Nachtwinde und da war glaube ich ich auch vor allem betroffen mit meinem Elfencharakter damals jo die Waffen der Nachtwinde also Orden jetzt nicht die Vögel ja überhaupt die Gründung der Nachtwinde und wieder so Freund und Feind sich verhalten und ja ja so nochmal was über die Unauffälligkeit dieses geheimen Bunds und auch nochmal wieder am Ende wie nutzen wir denn die Nachtwinde für uns okay dann geht es um die guten Bandstrahler den Orden vom Bandstrahl Pryos ja Pryos zu Fyrderst hat natürlich ein bisschen was von America First aber okay gut Pryos ist ja auch der Erste der Götterfürst jo und da gibt es erstmal eine Geschichte des Ordens natürlich mhm und dann gibt es ja den den Auszug aus dem sogenannten Hexen Hexenhammer den Hexenhammer gibt es ja in Wirklichkeit man kann den man kann übrigens da habe ich ja vor einer Weile irgendwo in einem Podcast gehört man kann den kommentierten Hexenhammer den echten historischen den kann man sich ja auch kaufen noch und der ist glaube ich auch echt dick und ich glaube es gibt da auch Begleitliteratur also ja warum auch nicht ne voll interessant würde ich eigentlich auch gerne machen ich glaube gar nicht so billig das Buch aber aha es ist man hat ja immer keine Zeit ne und dann auch noch so ein ultra dickes Buch na gut ja es gibt noch einen Feldbericht über den heiligen Gilborn und dann noch etwas über den Herrn der Rache den Gegenspieler Pryos ja ja und dann sind wir auch schon beim Orden des heiligen Golgari bei den Golgariten die wollen ja Untote bekämpfen und solche Dinge ja einmal gibt es da die Niederlassungen und die Hierarchie überhaupt des Ordens ähm außerdem mythische Personen des Ordens auch interessant und das Richtschwert spielt hier auch noch eine größere Rolle und es gibt ein Transkript eines Tagebucheintrags aus Tobrien ja also zum Thema Kampfverhalten und Stärke des Ordens und ähm ja es gibt hier auch noch einen längeren halbseitigen Bericht oder Text noch auch einen ingämigen dann der Orden des heiligen Hüters und ähm ja auch da einmal wieder die Ursprünge des Ordens die hier wichtiger weise beschrieben sind und von dem Sinnen und Trachten der Ordens Leute ja was zu ihrem Macht und Einfluss ihrer Macht und ihrem Einfluss und äh was sie so alles an sich raffen da gibt es auch so eine schöne Liste so eine halbseitige da steht dann zum Beispiel sowas drauf wie dreibändige Version des Echsenhammers in Klammern doch kein Anhang zur Heilsgerichtsordnung Fragezeichen ja sehr schön ja und schön noch eine halbe Seite zu Arras de Mott hm habe ich ja auch schon mal in dem Video zur Bibliographie dem ersten Teil der Bibliographie gesagt von der Schwarze Auge Arras de Mott da ging es dann um so ein Abenteuer da habe ich auch gesagt ja Arras de Mott äh das lese ich hier auch gerne mir mal durch weil ähm ähm die 7G Kampagne die ja viele äh DSA Runden mal mindestens angefangen haben und nie zu Ende gespielt haben ähm das war bei uns nämlich auch so wir haben die ähm wir haben die mit wechselnden SLs äh ja wollten wir die spielen und wir sind bis ins vierte Abenteuer gekommen da stehen unsere ähm unsere bunt und hochstufige zusammengewürfelte Heldengruppe gerade auf dem Platz des Schweigens noch wie erstarrt und da würden wir eigentlich weiterspielen ganz am Anfang des vierten Abenteuers ja und ähm ich sag mal so äh äh ja drei Abenteuer haben wir richtig gespielt und da waren auch drei verschiedene SLs die hätten sich auch weiter abgewechselt wohl hatten aber auch eigene Helden natürlich dann als Spieler und die sind dann mitgeschleift worden und ja ähm ich habe das dritte Abenteuer geleitet und äh da ging es eben um Arras de Mott weiß gar nicht mehr wie das hieß das Abenteuer und das war auch irgendwie sehr cool und deswegen ja es gibt da so ein Solo Abenteuer von Arras de Mott noch irgendwie von DSA 3 glaube ich und ähm das müsste ich auch dann endlich mal spielen und genau da habe ich natürlich auch Bock hier diesen Abschnitt zu lesen ähm sowieso merke ich gerade eigentlich ähm die Sachen die ich wirklich am interessantesten finde die kann ich eigentlich auch in meiner PDF lesen ne da muss ich mir eigentlich nicht das ganze Buch dann noch extra kaufen da lese ich dann doch die Bibliographie lieber als Hardcover Band richtig ja naja gut ja dann was gibt es noch für wichtige Abschnitte ähm ja die eisigen Schatzkammern von Auri Dallur Auri Dallur so ja achso das war das war auch schon der letzte wichtige Abschnitt da gut dann haben wir hier noch den Orden der heiligen Neyona die sich um die geistig ja die die geistigen schwierigen Fälle kümmert so psychiatrisch quasi ähm es gibt es da so es gibt da einen Auszug aus ähm einer kurzen Geschichte der Medizin so als extra Blatt und ansonsten überhaupt erstmal die Bedeutung der Klöster ist hier wichtig in einem Abschnitt und ähm noch über höchst verdächtiges in Herikum wird hier berichtet ähm ja außerdem noch von dunklen Geheimnissen in Sankta Noyona della Chiecosa okay auch interessant ja und ja dass man der Spur des Geldes folgen sollte ja gut da werden sicherlich auch mal manchmal so undiebsame Adelssprösslinge aus der Familie irgendwo einquartiert ne bei den Neuniten ja und äh über Wissen unfassbares Wissen gibt es auch noch einen interessanten Abschnitt außerdem was haben wir noch mh das ist eigentlich ein extrem gefährlicher Orden ist auch nochmal auf einer halben Seite okay ja die Pfeile des Lichts dürfen natürlich nicht fehlen mh ja überhaupt wer die sind ist ein wichtiger Abschnitt ähm wie der Umgang so überhaupt geht mit den Pfeilen des Lichts mh und das stete Beobachtung da geboten ist mh 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 und die Bedeutung des Zwerges ist da auch noch wichtig ja und überhaupt was hüten sie denn mh dann haben wir hier noch die Rakisas mh mh ja der Einfluss der Rakisas mh Mutter und Töchters Töchters mein Gott ja ja so ist es wenn man nicht viel schläft Mutter und Töchter mh ich hab nochmal geguckt ja also es ist richtig geschrieben hier steht nicht Töchters mh ja das sind die Zaubertänzer der Novades glaube ich ne die Rakisas ja mh über die Horte der Macht hier der Rakisas und ja über verschleierte Blicke und dann gibt's noch mh gesammelte Berichte zur Seide zur Seide äh Fasar ähm vom Agent Erdweeper und auch nochmal Fasar Agent Sinto und über die Ra Scare von Agent Nottel den guten Nottel ja den können wir doch aus Drachen sagen ja dann die Draconita der Sarka Ordo Draconis der heilige Orden des Drachen ähm ja bei denen gibt es einmal Auszüge aus der Chronik von den Draconitern auch privat im Oktagon zu Tegun äh ja bei den Draconitern gibt's ja auch ein ganzes Vademekum das Draconita Vademekum das hab ich tatsächlich auch ja ähm wichtig auch noch die Niederlassungen und die Verstecke des Ordens und auch noch was über die eher verborgenen Draconita ja und über Artefakte und Wissen und da gibt's auch noch ne nette Karte genau einmal hier dieser Ausschnitt ähm wo man so Ordensburgen oder Ordensniederlassungen finden kann und dann sind wir bei dem Zirkel des Abendrots ja bei Sattuaria und Läftern ja gibt da so einen netten Tagebucheintrag vom Agenten Kröte wie man ja hier sieht auf so einem extra Blatt und dann einmal über eine halbe Seite lang finde ich sehr interessant ähm Sattuaria und die Echsen so beziehungsmäßig ja äh die Größe des Ordens spielt hier auch nochmal eine Rolle und ähm ähm welche Pläne Raxan hat ähm ähm das war eine glaube ich sehr wichtige Hexe ich weiß gar nicht ob es die bei DSA 4.1 schon gab ähm und ob es da nicht irgendwie Opposition innerhalb des Zirkels auch gibt ist noch ein wichtiger Abschnitt und ja der Zusammenhang äh mit Läftern ähm dann geht es hier weiter anscheinend nach diesen ganzen Orden ähm ähm die letzten ca. 20 Seiten zu Handreichungen für Agenten da kann ich ja einmal ähm 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 hier ein bisschen was zeigen die kleine Einleitung hier ähm ähm genau weil nach dieser Einleitung geht es dann wirklich erstmal um die Informanten und äh die kriegen erstmal anderthalb Seiten und äh äh dann kommen noch so weitere Unterabschnitte dann geht es erstmal nochmal äh knapp eine Seite überhaupt darum Informanten überzeugen überhaupt und äh dann nochmal über eine halbe Seite um äh äh die Schwachstellen finden und auch nutzen mhm und dann auch nochmal eine gute Seite zu Informanten wieder loswerden ja dann auch noch ein bisschen ähm 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 äh ja nächstes größeres Unterkapitel sozusagen ähm wie das mit der geheimen Kommunikation ist und ja da gibt es erstmal auch so eine Einleitung äh auf einer Viertelseite und dann die Geheimtinten da bekommt ihr eine ganze Seite zu mhm und wie das mit Textkodierung ist ist hier auch nochmal über eine Seite dazu mhm außerdem haben wir hier noch ähm wie das ist wenn man Botschaften im Text versteckt auch noch eine knappe Seite dazu und zu geheimen Schriften zu geheimen Schriften bekommen wir auch nochmal eine gute halbe Seite ja äh wichtig auch Nachrichten übermitteln ja also halbe Seite äh Nachrichten auch verschicken auch nochmal halbe Seite und dann kommt der nächste größere Abschnitt nämlich die Geheimsprachen äh da haben wir auch wieder halbe Seite Einleitung und da auch wieder Parolen und Zeichen ähm kriegen wir eine gute halbe Seite ähm die echten Geheimsprachen eine halbe Seite und dann Zeichen ohne Worte auch wieder halbe Seite und dann nächster wichtigerer größerer Abschnitt äh Namen zum Tarnen und Täuschen ah das ist geil da habe ich da weiß ich noch damals ähm die Helden haben bei uns ja auch ähm ein bisschen auch für die KGA irgendwie letztlich ja Sachen gemacht ähm ich glaube das war auch innerhalb des Jahr des Feuers und ähm da ging es auch darum dass man sich Tarnnamen mal aussuchen sollte ähm und das Geile ist natürlich ne also die haben dann angefangen vor allem der eine oder ein zwei Leute die haben dann direkt angefangen irgendwas tolles an Tarnnamen sich zu überlegen die direkt mit ihrem Helden ähm ähm in Verbindung stehen können also so so äh also Attribute quasi des Heldens irgendwie ne ne was das so für einer ist und dann daraus irgendwie einen Tarnnamen gebaut und ich hatte halt vorher den Quellen Band äh Text zu der KGA gelesen aus DSA 4.1 aus einem dieser blauen Quellen Bände die ich erwähnt hatte und ähm da wurde auch direkt gesagt oh also das sollte man nämlich nicht machen mit so Tarnnamen die zu ähnlich äh also wo man direkt auf den Helden schließen kann ähm man sollte das halt äh das sollte nicht zu sehr ähnlich sein und dann hat dann der eine Spieler hat sich so was krass sehr sehr extrem weit entferntes ähm von seinem Charakter als Tarnnamen gesucht ich glaub da stand dann sogar in dem Quellen Band ja ähm vielleicht auch nicht unbedingt genau das Gegenteil weil da könnte man dann drauf kommen das ist so krass ab vom Schuss dass das schon wieder Absicht ist und dann ähm ähm das hat dann auch der NSC also der von der KGA und so der hat dann KGA der hat dann auch irgendwas in die Richtung gesagt so ne durch mich als SL und dann ja ähm ähm sollte das schon irgendwie was ähm normales unerfälliges sein was man nicht sofort mit dem Helden in Verbindung bringt ja und das hat dann am Ende auch irgendwie funktioniert ähm ja und hier ähm Namen zum Tarnen und Täuschen also da hat man auch erstmal hier eine halbe Seite Einleitung und dann geht's noch ein bisschen ins Detail Decknamen für Personen halbe Seite Decknamen ähm ähm die wie Namen wirken über eine halbe Seite und Decknamen für Orte eine halbe Seite Einsätze benennen äh äh ja ähm ähm auch nochmal eine knappe Seite und ja dann das nächste größte Unterkapitel äh beschatten und verfolgen da erstmal eine Seite zu und dann da drunter gegliedert ähm ja die Vorbereitung noch eine halbe Seite beschatten über längere Zeit nochmal eine Seite und wie das ist wenn man beschattet wird auch nochmal so eine Seite und dann kommt hier nochmal zum Ende hin ähm ähm ein äh Glossar auf zwei Seiten und das ist dann auch genau auf Seite 160 zu Ende ich denke mal für diese genau 160 Seiten haben sie sich auch wieder überlegt gehabt okay also wir stellen hier ein Potpourri aus Organisation zusammen und da kann man ja auch so ein bisschen Texte erweitern oder kürzen und dann diese ganzen Geheimagenten Beschattungssachen hier diese Handreichung ähm die auch nochmal knapp 20 Seiten hier lang war da ähm da konnten sie natürlich auch gucken wie viel schreiben wir dazu was nehmen wir raus und rein ähm ähm vielleicht haben sie auch ein bisschen mehr zugeschrieben damit sie auf 160 Seiten kommen ja so ist es ja dann immer redaktionell da muss man eben gucken ne vor allem wenn man so Vorgaben hat ähm das gab es ja vorher nicht so bei DSA 4.1 da hatte man ja einfach irgendwie Regionalbände die waren einfach grad so lang wie sie lang waren ne zack fertig gut die Schrift war trotzdem irgendwie klein auch wenn es nicht aus dem Englischen übersetzt werden musste aber naja man hat dann die Schrift vielleicht kleiner gehalten weil man gedacht hat gut also damit die nicht zu dick werden die Bücher ne ähm ähm auf zu dicke Bücher hat man auch keinen Bock irgendwie ja und ähm es war noch okay zu lesen ich war das damals gewohnt aber ähm naja man hatte auch Bilder und alles war alles nett nur eben nicht in bunt aber gut dafür war das ein bisschen oldschooliger und ähm die Bücher waren leichter weil sie eben nicht bunt waren Farbe wiegt ja immer so ein bisschen was ja okay dann sind wir hier auch schon nach äh auch wieder fast einer knappen Stunde am Ende ähm beziehungsweise auch wieder am Anfang beim Cover und tja ja was soll ich sagen also ich hatte ja am Anfang gesagt ich bin mal gespannt was ich am Ende äh sage so ungefähr ne weil mh kaufe ich mir das doch als Hardcover oder nicht und ich hatte gesagt ähm hat so viel zu lesen so viele Bücher und die Bibliografie würde ich dann eher ein bisschen schmökern und naja im Moment ist es ja so wo unsere Heldengruppe Richtung Uturia segelt und gerade kurz vor Gorenia steht was für viel Aventuria ja auch so ein bisschen als Rand der Welt gilt ähm ist es eher so dass ich ein bisschen in den Dschungeln Meridianas von 4.1 noch hier und da schaue weil ich mir ein paar Inselsachen durchlese gut wobei die stehen dann auch im Abenteuer drin an fremden Gestaden spielen wir ja quasi ja habe ich auch mal eine Rezension hier auf dem Kanal gemacht glaube ich eine Stunde lang und alles auseinander genommen ähm äh ja äh nicht die beste Note äh was man dem Abenteuer verteilen kann ne also ich vergebe nicht nur weil es CSA ist immer nur gute Noten ich habe auch schon oft genug gemeckert bei Dingen aber ähm die waren glaube ich unter Zeitdruck und alles mögliche der Alex Sporler hat da glaube ich die Schwierigkeiten gehabt ja und ähm ich weiß gar nicht was ich am Ende vergeben habe 4 plus oder so auf jeden Fall man kann da aber einiges draus machen äh das ist jetzt ähm nicht so viel Aufwand wie wenn man aus einem aus dem Wald ohne Wiederkehr oder so irgendwas richtiges gutes echtes machen will ähm ja also hat natürlich Zeit äh Arbeit und so Kost aber macht man ja gerne bei DSA wenn man richtig Bock drauf hat wenn die ganze Runde Bock drauf hat ja und ähm ähm da schmökere ich äh vor allem dann aber auch noch in FR2 äh auch ein 4.1 Quellenband ein Band äh den ich lange lange hatte ich glaube der ist von 2007 oder so oder 8 auf jeden Fall habe ich diesen Band nämlich ähm da habe ich immer nie so richtig drin gelesen fast nichts drin gelesen außer so ein paar Schiffstypen mir angeguckt die wir vielleicht mal irgendwo am Hafen dann irgendwo kurz brauchten ähm 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 oder Flussschifffahrt mal durchgelesen aber aber oder bei richtig Bock so 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 Meeresvölker so Karkonia und so so krasse Sachen aber ähm eigentlich ähm war das nie so richtig wichtig weil wir meistens an Land waren ähm oder mal über Flüsse gegangen sind oder so oder kurz Küstenschifffahrt nur ähm ja ja aber ähm ähm jetzt ist es eben anders da habe ich einiges schon drin gelesen und ich äh schmöker weiter deswegen ist das so ein bisschen Schmöker Konkurrenz zu der Bibliografie dann naja gut und eigentlich habe ich natürlich auch noch andere Sachen was Rollenspielen ein bisschen angeht äh ein bisschen Sachen von Tim Witcher Rollenspiel das Witcher Journal schmöker ich gerade eigentlich auch noch weiter äh ja weil ich auch die Hexersaga gerade lese und äh nach der Grundregelwerkrezension und überhaupt dem Lesen vom Grundregelwerk von The Witcher und so weiter ist es eben so dass ich also ja ich wollte das eigentlich mal leiten wir wollten das mal testen in der Runde ganz kurz ähm auch eher so zu zweit nur erst mal gucken ähm in so einem Solo wo einer dann ein Hexer spielt naja gut mal gucken am Ende ist es vielleicht wieder so dass es alles nicht so richtig klappt dann spielt man wieder Cthulhu als kleines Zweit-Ding aber naja ihr wisst ja wie das ist genau deswegen ähm wird das alles äh schnell sehr zu viel ähm ähm Dosier der Erleuchteten ich finde das immer noch cool irgendwie und aus Ingame-Sicht und so diese 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 ingamigeren Sachen die haben ja jetzt äh Fahrt aufgenommen ähm da haben auch glaube ich viele Leute Bock drauf und das das ist schon auch cool das kann man ja auch auf dem Lab eigentlich verwenden mehr oder weniger ja das ist schon cool also ähm auf jeden Fall ja auf jeden Fall weiter so ne den Verlag also das sollte schon auch nicht äh äh aufhören mit solchen Bänden ähm gerade so Kreaturen Pflanzenbuch und so ingame mäßig oder Dämonenbuch was es ja alles gibt das kann man auch wirklich auf dem Lab gut verwenden auch wenn ich jetzt ewig nicht mehr auf Labs war und äh und einmal im Leben auf dem DSA Lab aber das war auch sehr geil äh da hab ich dann auch als NSC so einen Bandstrahler Typen mitgespielt und stand wirklich mit Kettenhemd und einem Kram dann in der in der Sonne und hab gesagt hab mir auch gesagt ne ich muss das jetzt hier aushalten weil es ja ich bin jetzt hier Bandstrahler ja und ein bisschen später war ich als NSC dann Bobradianer und dann durfte man mich erschlagen aber ich war der letzte Kämpfende immerhin mich haben sie als letztes erschlagen weil ich meine Kampfskills damals ganz gut äh ganz gut hatte und ein bisschen Magie durften wir dann auch noch haben ja gut aber alte Anekdoten ähm ich sage mal so ähm auch wenn ich diesen Band cool finde und sofort verstehe wenn viele Leute sich den kaufen also tut euch keinen Zwang an macht das gerne aber für mich ähm ich werde glaube ich eher sehr auszugsweise ein paar einzelne Dinge mal lesen und die die PDF soll mir dann erstmal genügen und richtig schmökern werde ich neben FR2 und Richard Journal dann eher ähm ja mit der mit dem ersten Bibliographie Band von der Schwarze Auge ja okay dann erstmal wieder soweit und ja dann bis zum nächsten Mal bis denn